Viele fragen sich, ob YouTube wirklich gerischt wird. Ich habe im Internet nachgelesen, einem echten Ding und mehrere sagen, dass es anders ist. Wie es ist, könnt ihr gleich lesen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und auch noch jemand anderes habe ich gefunden. Vielen Dank. 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 Und das war es auch schon. Tschüss.